Wir sind Radio Horeb, ein christlicher Radiosender mit den Hauptstudios in Balderschwang und München. In Berlin, Ravensburg, Kevela und Altötting befinden sich weitere Übertragungsstationen. Überall in Deutschland suchen wir Menschen, die ihre freie Zeit sinnvoll nutzen wollen und uns ehrenamtlich unterstützen. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu helfen, je nachdem wie viel Zeit, welches Talent oder woran sie Freude haben. Wir stellen Ihnen hier unsere Abteilungen vor. Radio Horeb Team Deutschland. Helfen Sie mit, Radio Horeb bekannt zu machen. Über ganz Deutschland verteilt wurden Gruppen gegründet, deren Mitglieder sich regelmäßig treffen. Sie sammeln Ideen, schmieden Pläne und überlegen sich neue Wege. Wozu? Um Radio Horeb bekannt zu machen. Das ist das Ziel von Radio Horeb Team Deutschland. Die Teams erarbeiten sich Möglichkeiten, Radio Horeb bei Veranstaltungen und Einrichtungen vorzustellen. Pro Gruppe gibt es eine Person, die alle Aktionen koordiniert und mit den zuständigen Mitarbeiterinnen von Radio Horeb spricht. Wenn Sie Teammitglied von Radio Horeb Team Deutschland werden, sind Sie unsere Visitenkarte. Ihre Aufgabe ist es, den Sender vorzustellen und zu repräsentieren. Deshalb ist es uns wichtig, dass Sie unser Programm gut kennen, dass Sie freundlich und teamfähig sind und tolerant, wenn Sie auf Desinteresse stoßen. Sie haben noch Fragen oder möchten sich für das Radio Horeb Team Deutschland anmelden? Melden Sie sich bei uns unter 08 328 921 140.